Die Pokémon Company hat vor kurzem das erste offizielle Online-Turnier in Karmazin und Purpo veranstaltet. Vorhang auf für Paldea. Spannend, dass der Vorhang erst vier Monate nach Release aufging. Und in diesem Turnier ging es um zwei ganz besondere Pokémon. Koraidon und Miraidon. Diese legendären Pokémon sind so mächtig, dass sie normalerweise auf offiziellen Turnieren verboten sind. Doch bei diesem Event durften sie endlich gegeneinander antreten, um die uralte Frage zu klären, Was ist besser? Zukunft oder Vergangenheit? Ich selbst habe natürlich ebenfalls gemeinsam mit 65.000 anderen Pokémon-Trainern an diesem Turnier teilgenommen. Und wie das so lief, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Übrigens, ich persönlich bin ja ganz klar auf der Zukunftsseite. Nicht nur, weil ich Purpo spiele, sondern auch, weil man in der Vergangenheit nicht bei meinem Partner NordVPN vorbeischauen konnte. Ich habe länger über diese Werbeüberleitung nachgedacht, als ich zugeben möchte. Lasst uns nicht weiter darüber reden. NordVPN ist der VPN-Anbieter auf dem Markt, welcher dank seines ausgefeilten Bedrohungsschutzes alles tut, um eure Sicherheit im Internet zu gewährleisten. Nur ein Klick und ihr seid vor allen möglichen Gefahren wie schädlichen Websites, Viren, Online-Trackern und aufdringlicher Werbung geschützt. Und das auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig. Und das ist noch längst nicht alles. Kennt ihr das, wenn ihr die neue Staffel eurer Lieblingsserie auf Netflix und Co. sehen wollt, diese aber noch nicht in Deutschland verfügbar ist? Dank NordVPN ist das kein Problem mehr und ihr könnt eure Lieblingsserien jederzeit und überall genießen. Zum Beispiel auch die neuen Folgen des Pokémon Anime, die in Deutschland noch nicht auf Netflix verfügbar sind. Und mit dem Code FANMATE oder dem Link in der Videobeschreibung bekommt ihr darüber hinaus nochmal starke Rabatte auf euer NordVPN-Abo. Und wem das nicht gefällt, der bekommt bis zu 30 Tage lang auf Wunsch sein Geld zurück. Also ladet euch NordVPN herunter und schützt euch vor allen Gefahren im Internet. Die Regeln für dieses Turnier waren einfach. Es war ein Doppelkampfturnier, bei dem alle Pokémon erlaubt waren, die im Paldea-Dex stehen. Man musste sich jedoch entscheiden, ob man Koraidon oder Miraidon in sein Team aufnimmt, da man nur eines von den beiden benutzen durfte. Also man konnte auch keins von beiden wählen und stattdessen ein armes Purmel in den Ring werfen, wenn man wirklich gar keinen Bock hatte zu gewinnen. Aber das ist grausam. Das Ganze war tatsächlich auch das erste Turnier in den Spielen, an dem ich selber teilgenommen habe. Und daher habe ich das Ganze auch live mit euch zusammen auf Twitch gestreamt, wo ich generell sehr regelmäßig Pokémon-Content streame. Also wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei, lasst ein Foto da und seid beim nächsten Mal mit am Start. Als erstes brauchte ich natürlich ein Team für das Turnier. Doch bevor ich damit anfangen konnte, musste ich mich erstmal entscheiden, ob ich Koraidon oder Miraidon einsetzen wollte. Das hat schon fast denselben Vibe, wie wenn man sich sein Starter-Pokémon am Anfang der Spiele aussuchen muss. Nehme ich jetzt Bautz oder Flamiau oder... Ja, welches von den beiden? Ich als privilegierter Pokémon-Purpur-Konnoisseur habe mich dann natürlich für Miraidon entschieden. Ich finde beide Pokémon super, aber ich hatte Lust, mein Durchspiel-Miraidon aus der Hauptstory des Spiels bei diesem Turnier einzusetzen. Ich meine, wir haben so viel zusammen durchgemacht, da wäre es doch nur angebracht, auch mein erstes Turnier mit ihm anzutreten. Da gab es nur ein klitzekleines Problem. Okay, wir können es nicht in die Box nehmen. Wir können nicht das Durchspiel-Miraidon nehmen. Müsste neben Box 1 eine Miraidon-Box sein? Oh, echt? Ach, bei Kampfteams. Warte, erzählt ihr mir? Äh, mit 2 mal X, es gibt eine extra Box. Ja, okay, ich bin bei Kampfteams, aber... Äh? 1 und dann X und L. Alter, das ist ein Cheatcode. Ihr habt keine Ahnung, was ihr meint. Welche Miraidon-Box, wovor redet ihr? Weil du es im Team hast? Okay, warte. Soll ich dir ein Tutorial-Video zeigen? An dem Punkt, an dem ich ein Tutorial-Video anschaue, wie ich ein Pokémon in einer Box ins Team packe, da habe ich ganz andere Probleme. Kampfteams? Aha! Nachdem ich also gefühlt 6 mal den Konami-Code eingeben musste, habe ich es endlich geschafft, jenes Miraidon in mein Kampfteam zu packen. Wer hat sich das ausgedacht? Doch was war meine Strategie? Miraidon und Koraidon haben nicht nur extrem hohe Statuswerte, sie haben auch beide fantastische Fähigkeiten. Miraidons Hadronen-Motor erzeugt somit ein Elektrofeld, welches Elektroattacken verstärkt und die Pokémon davor schützt, einzuschlafen. Aber auch die Fähigkeiten aller Zukunfts-Paradox-Pokémon, nämlich Quantenantrieb, wird dadurch aktiviert, wodurch ihr höchster Statuswert noch weiter geboostet wird. Koraidon wiederum erzeugt mit Urikalkumpuls eine Sonne, von der die anderen Paradox-Pokémon genauso profitieren. Mein Miraidon trainierte ich komplett in Initiative und Spezialangriff und um maximalen Schaden auszuteilen, gab ich ihm noch einen Leben-Orb zum Tragen. Außerdem spielte ich es mit dem Thera-Typ Fee, um gegnerische Koraidon viel einfacher besiegen zu können und um von dem Elektrofeld Gebrauch zu machen, kombinierte ich es noch mit zwei weiteren Paradox-Pokémon, nämlich Eisenbündel und Eisenrad. Eisenbündel ist generell eines der stärksten Paradox-Pokémon im ganzen Spiel. Dieses kümmerte sich dabei um die Boden-Pokémon, die Miraidon gefährlich werden würden und verlangsamte die Gegner stetig mit seiner Eissturm-Attacke. Eisenrad wiederum war vor allem dafür da, um gegnerische Miraidon dank seines Boden- und Stahltypen zu kontern. Außerdem wird Eisenbündel im Elektrofeld noch schneller und Eisenrad noch stärker, also eine ganz gute Kombination. Damit Eisenrad jedoch nicht zu abhängig vom Elektrofeld wird, hückte ich noch eines meiner liebsten Vogel-Pokémon hinzu, nämlich Fiaro. Dieses kam mit Rückenwind, das gesamte Team für vier Runden lang doppelt so schnell machen und wird im Gegenzug nicht von Eisenrads Erdbeben getroffen. Bei diesem Turnier wurden jedoch auch erstmals die vier legendären Schätze des Unheils erlaubt, weshalb ich unbedingt auch eines davon nutzen wollte. Ich rundete mein Team also schließlich mit einer Kombination aus einem Wahlband-Dragoran und einem Pokus-Gurt-Bao-Gian ab, meinem Favorit der vier Legis. Doch was genau diese Kombo so gefährlich machte, das werdet ihr gleich noch sehen. Nun, wo ich meine Pokémon ausgewählt hatte, waren mein Team und ich also bereit und der erste Spieltag konnte beginnen. Ich habe übrigens recht lange an diesem Team und dem ganzen Projekt gesessen und Dragoran wäre sicher sehr traurig, wenn euch das Video am Ende nicht gefallen würde. Also lass gerne ein Like und ein Abo, damit Dragoran auch weiterhin happy bleiben kann. Danke, tschüss! Online-Turniere in Karmesin und Popo laufen dabei übrigens wie folgt ab. Jedes Turnier wird innerhalb von drei Spieltagen ausgetragen, von freitags bis sonntags. Pro Tag kann man bis zu 15 Kämpfe bestreiten, also insgesamt bis zu 45 über das ganze Wochenende. Anhand der Siege und Niederlagen erhält man schließlich eine Abschlusswertung und eine Gesamtplatzierung für das gesamte Turnier. Doch eine Sache fragt ihr euch bestimmt immer noch. Was gab es bei diesem Turnier eigentlich zu gewinnen? Wie ihr euch denken könnt, hat Game Freak natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Der Preis bei diesem Turnier war tatsächlich so fantastisch, so begehrt, so... Es gab eine Teilnahmebelohnung von 10.000 LP für jeden. Äh, pfff! Hier für euch. Das erste Match begann und direkt passierte es. Zwei Mirai-Don begegneten sich auf dem Kampffeld. Ich kombinierte meines mit Fiaro und mein Gegner, sein Mirai-Don, mit Eisenbündel. Die beiden Pokémon, die am häufigsten bei diesem Turnier in Kombination gespielt wurden. Ein gefährliches Duo, keine Frage, aber eigentlich eine sehr gute Situation für mich. Fiaro kann in der ersten Runde dank seiner Fähigkeit Orkan schwingen, ohne Probleme Rückenwind einsetzen. Wir Terra-Kristallisierten dann beide unsere Mirai-Don und ja, Mirai-Don ist das beliebteste Fäden-Pokémon dieses Turniers gewesen. Ich konnte somit zuerst angreifen und enormen Schaden austeilen. Aber es trug leider ein Fokusgurt, wodurch es den Angriff überstand und meine Pokémon nun einen Zauberschein plus Eissturm einstecken mussten. Mein Mirai-Don konnte nur noch einen Angriff einsetzen, bevor der Leben-Orb es in die Knie zwang. Doch das spielte mir eigentlich genau in die Karten. Eisenrad kam rein, Quantenantrieb boostete seinen Angriff und dadurch, dass mein Gegner keine Bodenresistenzen im Team hatte und meine Pokémon dank Fiaro doppelt so schnell waren, konnten die beiden innerhalb von drei Zügen das gesamte Team meines Gegners ausknocken. Ein sehr guter Auftakt für das Turnier. Mein zweiter Gegner brachte wiederum ein recht unkonventionelles Team an den Start, mit dem er aber offensichtlich versuchen wollte, den Bizarro-Raum aufzusetzen. Bizarro-Raum dreht die Reihenfolge um, in der Pokémon angreifen, wodurch langsame Pokémon zuerst am Zuge sind. Da die Pokémon meines Teams allesamt recht schnell sind, war das ziemlich gefährlich für mich. Meine schlimmste Befürchtung bestätigte sich, als mein Gegner mit Kommandutan und Eisenhand startete. Eine beliebte Kombination, um Bizarro-Raum rauszubringen. Aus diesem Grund startete ich hier mit Dragoran und Baojian. Baojians Fähigkeit Unheilsschwert senkt die Verteidigung aller Pokémon auf dem Feld um 25%. Somit kann ich Dragoran zum Normaltyp kristallisieren und den Gegner mit Turbo-Tempo angreifen, welches durch den Terra-Typ und das Wahlband nicht nur verdammt viel Schaden macht, sondern auch immer zuerst angreift, egal wie schnell der Gegner auch sein mag. Die perfekte Waffe gegen die Bizarro-Raum-Kombo. Doch dazu kam es erst gar nicht, da die beiden das Kommanduta noch in derselben Runde und das Eisenhand in der darauffolgenden mit je zwei Attacken ausschalteten. Mein Gegner hat somit schon die Hälfte seiner Pokémon verloren, doch dann kamen leider Miradon und Staraptor rein. Letzteres senkte den Angriff meiner Pokémon mit seiner Fähigkeit Bedroher. Und nicht nur das, das Miradon trug sogar einen Elektrosamen, wodurch es seine Verteidigung noch weiter erhöhte, wodurch ich kaum noch Schaden austeilte. Und das Staraptor trug einen Wahlschal, wodurch es schneller als mein Baojian war und ich beide Pokémon in derselben Runde verlor. Ein ziemliches Auf und Ab bis hierhin, doch glücklicherweise hatte ich noch Miradon und Eisenrad in der Hinterhand. Und da das Staraptor durch zwei Nahkämpfe seiner Verteidigung schon immens geschwächt hat, konnte ich das Match kurz darauf für mich entscheiden. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich hier mit dem Herrscher Eisenrad kämpfe, das man nach Abschluss der Story in der Wüste fangen konnte? Das trägt nichts zum Video bei, ich wollte nur erwähnen, dass ich den Titel Ex-Herrscher ziemlich cool finde. Dieser Auftakt ins Turnier stärkte die Zuversicht in meine geplanten Strategien, sowohl Dragoran und Baojian als auch Miradon und die Paradox-Pokémon, sowie Eisenrad und Fiyaro. Alle drei Standbeine meines Teams machten einen soliden Eindruck soweit. Selbst als mein Gegner im nächsten Match das Power-Level extrem anzog, in dem er ein Team nur aus legendären und Paradox-Pokémon verwendete, konnten sich Miradon und der Rest des Teams solide behaupten. Ich war wirklich stolz auf das Team, das ich gebaut habe. Dieser junge Mann hier scheint wirklich an alles gedacht zu haben. Naja, ist auf eine Sache. Mein nächster Gegner brachte tatsächlich das erste Koraydon des Turniers mit, wodurch ich schon wusste, dass dieses Match anders als der Rest verlaufen sollte. Der Anfang des Matches verlief dabei eigentlich wie gewohnt. Die Kombination aus Eisenrad und Fiyaro funktionierte erneut wunderbar und ich konnte das Eisenbündel und Krimanzo meines Gegners sehr schnell und ohne Probleme ausschalten. Krimanzo sollte nicht in der Lage sein, Eisenrad zu besiegen in der Runde. Alles klar, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ah, ich bereue nichts. Ja, ohne Probleme. Schließlich endeten wir in einer Situation, bei der mein Gegner noch sein Koraydon und ein halbtotes Herwohl und ich mein Miradon und Baojian einsetzte, welche beide noch ziemlich fit waren. Leider Thera kristallisierte mein Gegner seinen Koraydon in einen Feuertypen, wodurch es den Zauberschein von Miradon locker wegsteckte und dieses schließlich ausschaltete. Eigentlich war das ein ziemlich offensichtlicher Spielzug, den ich hätte kommen sehen müssen. Doch es war dieser Zug, als ich ein noch viel größeres Problem bemerkte. Eines, das mir nicht nur dieses Match, sondern im Zweifel auch jeden weiteren Kampf des Turnieres verlieren konnte. Ich müsste, wir müssen gleich schnell sein, ne? Oh, Baojian ist ein bisschen langsamer. Potenzial von Chien-Pause, wo nicht perfekt... Oh, habe ich wohl einen Krohkorken vergessen? Ja, bei der Zusammenstellung meines Teams habe ich komplett vergessen, die DV-Werte meines Baojian mit Silberkronkorken zu verbessern. Ein Baojian wie meines, das komplett in Initiative trainiert wurde, ein frohes Wesen und perfekte DV-Werte hat, sollte auf Level 50 für gewöhnlich einen Initiative-Wert von 205 haben. Meines hatte jedoch nur einen Initiative-Wert von 204. Jetzt werden einige vielleicht sagen, das ist doch halb so schlimm. Ich meine, es ist nur einen Punkt langsamer. Das Problem ist, dass die Initiative somit der wichtigste und auch unnachgiebigste Statuswert bei Pokémon ist. Dieser eine fehlende Punkt sorgte nun nämlich dafür, dass mein Baojian garantiert langsamer war als jedes andere Pokémon, das genau wie es eine Initiative-Basis von 135 hat. Das bedeutet, ich war 100% langsamer als jedes Mirai-Don, Korai-Don, Flatterha oder gegnerische Baojian, vorausgesetzt sie wurden komplett in diesem Wert trainiert. Ich verlor dieses Match zwar jetzt nicht zwingend dadurch, aber es war auf jeden Fall ein frustrierender Fehler, den ich jetzt für den gesamten weiteren Verlauf des Turniers berücksichtigen musste. Auch wenn das eine ziemlich bittere Erkenntnis war, verlief der Rest des Spieltags eigentlich ziemlich erfolgreich. Ich wusste langsam, worauf ich mich bei gegnerischen Korai-Don einstellen musste und ging entsprechend vorsichtiger mit meinem Mirai-Don um. Eisenbündel fing auch langsam an, in dem Turnier zu glänzen und gegen Dragoran und Baojian zusammen war nach wie vor kein Kraut gewachsen. Bis auf diesen einen Kampf, der mir fast einen Herzinfarkt einbrachte. Okay, wenn er jetzt eine Full-Para auf Dragoran bekommt, das wäre unangenehm. Hör auf, hör auf, hör auf! Nein! Okay, Baojian, du darfst uns jetzt retten. Ich will zwei Tiefschläge reichen. Wir sind also, wir sind also noch gut dabei. Außer du paralysierst jetzt meinen Baojian auch. Okay, der nächste Zug bestimmt darüber, ob ich mir morgen eine neue Switch kaufen muss oder nicht. Oder ob diese hier eventuell in Einzelteilen von der Wand rutscht. Let's go! Ich brauche keine neue Switch, cool. Ja, ich glaube, durch diesen Kampf bin ich etwa 10 Jahre gealtert. Somit konnte ich von meinen ersten 15 Kämpfen ganze 12 Stück gewinnen und beendete den ersten Spieltag auf Platz 250 weltweit. Definitiv kein schlechter Start, doch die nächsten Tage sollten nochmal ganz anders werden. Am zweiten Spieltag fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Eine Sache, die uns schon den gesamten ersten Spieltag begleitete, die ich aber bislang komplett ausgeblendet habe. Ist euch aufgefallen, dass man bei diesem Turnier jedes Match am Strand ausgetragen hat? Es war wohl ein ziemlich wildes Wochenende an die Milas Privatküste. Doch auch wenn das Setting der Kämpfe eine schöne, angenehme Sommerbrise verspricht, so verlief dieser Spieltag doch eher unentspannt. Es ist tatsächlich normal, dass die zweiten und dritten Spieltage bei Online-Turnieren um einiges intensiver werden als der erste. Denn die ganzen Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben und sich denken, oh Junge, ein Online-Turnier, da nehme ich doch mal dran teil, verlieren recht schnell die Lust, sobald sie die ersten Male von Flatterhaar, Eisenbündel und Miradon zerstört wurden und schwören Pokémon dann vielleicht für den Rest ihres Lebens ab. Somit ist die Competition am zweiten Tag um einiges härter als am ersten. Doch zu Beginn musste ich erstmal eine große, kompetitive Lebensweisheit mit euch teilen. Damit, damit kann ich arbeiten. Das ist in Ordnung. Easy! Pokémon ist so ein einfaches Spiel, meine Damen und Herren. Ja, lückenlose Strategien, dafür bin ich bekannt. Doch leider verlief nicht alles an diesem Tag so glatt. Es war ein ständiges Vor und Zurück. Ich spielte nicht super schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Für jedes Mal, wo die Eisenrad-Fiaro-Kombo den Gegner überrannte, warf ich das nächste Match weg, weil ich ein Schutzschild vom Gegner falsch vorhersah. Für jedes Mal, wo Miradon und Eisenbündel den Gegner mit starken Spezialattacken unter Druck setzten, rannte ich in einen offensichtlichen Rundumschutz meines Gegners. Auf jeden Sieg folgte eine Niederlage und ich war komplett stuckt am zweiten Spieltag. Und auch die Schwachpunkte meines Teams wurden mir langsam immer deutlicher. Besonders defensivere Teams wie Chongjian und Olangar, die darauf aus waren, meine Pokémon mit Egelsamen und Co. langsam aber sicher auszulaugen und sich selbst permanent zu schützen und hochzuhallen. Oder langsame Bizarro-Raum-Teams mit Varigirath, die Dragorans Prioritätsattacken abwerten, waren im Speziellen schwierige Matchups für mich. Generell muss ich jedoch sagen, dass ich die simple, aber effektive Kombo aus Dragoran und Baojian viel zu selten eingesetzt habe, wodurch ich viele Matches bedeutend einfacher hätte gewinnen können. Dragoran war vielmehr an dem Spieltag dafür da, den anderen Pokémon-Handtücher und frische Tränke zu bringen. Und auch wenn mein Team eigentlich gut dagegen aufgestellt war, so begegnete ich doch vielen talentierten Koraydon-Spielern, die genau wussten, wann sie ihr Koraydon-Thera kristallisieren mussten, um mich aus dem Konzept zu bringen. Und nicht nur das, irgendwann begann sogar eine richtige Niederlagenserie, in der ich vier Matches hintereinander verloren habe. Nicht gerade förderlich für den Kampfgeist. Gegen Ende konnte ich mich noch so halbwegs fangen, womit ich den zweiten Spieltag mit 20 Siegen und 10 Niederlagen beendete und mich immer noch gerade so in den Top 100 des Turniers halten konnte. So oder so jetzt kein furchtbarer Spieltag, aber definitiv nicht gerade erfolgreich. Doch der dritte Spieltag sollte nochmal ganz anders laufen, als ich an diesem Punkt erwartet hätte. Nachdem ich das erste Match am dritten Spieltag erneut verlor, weil ich mich mal wieder nicht getraut hatte, Dragoran und Baojian mitzunehmen, sah es zunächst danach aus, als würde sich die Niederlagenserie von gestern fortsetzen. Doch mein Chat machte mir deutlich, was zu tun war. Ich musste mich öfter trauen, Dragoran und Baojian einzusetzen. Komme, was da wolle. Also tat ich es. Ich schickte die beiden direkt im nächsten Kampf rein und... Oh mein Gott, warum habe ich das am zweiten Spieltag nicht schon so gemacht? Die beiden zusammen stellten einfach eine unaufhaltsame Kombo dar. Doch nicht nur Dragoran und Baojian lieferten ab. Auch Mirai-Don und unsere Paradox-Pokémon liefen zu Hochtouren auf. Fiaro kümmerte sich heute im Gegenzug um die Handtücher. Zugegeben, nicht jedes Match habe ich durch gute Strategien oder clevere Spielzüge gewonnen. Wenn da Pokémon als Spiel nur mal ist, wie es ist, gewann ich manche Matches auch auf diese Weise. Ich bin schneller. Oh mein Gott, flinch. Oh mein Gott, wenn Baojian jetzt flinscht... Let's go! Okay, das ist insane. Und jetzt kriegen wir noch einen Flinch auf Mirai-Don. Fast auf. Watch this. Easy! Pokémon ist ein faires und sehr kompetitives Spiel übrigens. Ja, ich gestalte meinen Content sehr vorausschauend. Natürlich lief nicht alles wie geplant, aber alles in allem lief es schon bedeutend besser als am Vortag. Bis zu diesem Match. Nach 25 Siegen und 13 Niederlagen begann der lächerlichste Kampf des gesamten Turniers. Ich begann das Match mal wieder mit Dragoran und Baojian und mein Gegner mit Mirai-Don und Dinglu. Eigentlich eine wirklich gute Situation für mich, da Dragoran dem Mirai-Don fatalen Schaden mit Turbo-Tempo zukünftigen kann und Baojian, dass Dinglu mit seinen Eisattacken selbst hart treffen kann. Unsere beiden Drachen Thera kristallisierten sich also, Dragoran machte soliden Schaden und Baojian verfehlte seinen Eissabfahrer gegen Dinglu, wodurch dieses mein Baojian im selben Zug besiegte. Außerdem konnte Mirai-Don mit einer Paraboladung einen großen Teil des Schadens somit wieder hochheilen. Okay, kein guter Start, aber kein Problem, ich gehe einfach in mein eigenes Mirai-Don. Das Problem hierbei ist, Dinglu's Fähigkeit senkt den Spezialangriff aller anderen Pokémon um 25%, wodurch das gegnerische Mirai-Don mit gefühlt einem KP überlebte. Nochmal angreifen und dass Dinglu mein Dragoran rausnehmen konnte. Okay, genug davon, jetzt müssen wir ernst machen. Zeit Eisenmündel rauszuschicken und dieses Dinglu mit einer Hydro-Pumpe ins nächste Jahrtausend... Fein! Dann gehen wir wenigstens noch auf einen Eissturm, um beide Pokémon zu treffen. Okay, an dem Punkt bin ich mir sicher, dass dieses Dinglu den Ultra-Instinkt gemeistert hat. Und ja, ich habe das Match verloren. Doch danach lief es viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Ich gewann plötzlich ein Match nach dem anderen und stieg zuerst wieder in die Top 1000 und schließlich sogar in die Top 500 des Turniers auf. Als ich mein letztes Match des Turniers antrat, stand ich gerade auf Platz 310 weltweit. An sich hätte ich hier aufhören können und hätte eine gute Chance gehabt, am Ende in den Top 500 der Welt abzuschließen. Doch natürlich machte ich weiter. Es lief so gut, da musste das letzte Match natürlich noch mitgenommen werden. Und zu verlieren hatte ich sowieso nichts. Außerdem Respekt bei der Zuschauer und dieser wertlosen digitalen Zahl, die ich als Maßstab für meinen Erfolg in diesem Turnier missbrauche. Mein Gegner brachte einige meiner größten Nemesis des gesamten Turniers mit. Und gerade Pokémon wie Flatterhaar oder Eisenrad konnten mir sehr gefährlich werden. Vor allem, da ich mich entschied, dieses Match ohne meinen Mirai-Don anzutreten. Konnte das überhaupt gut gehen? Ich begann wie so oft mit Bao-Jian und Dragoran, während mein Gegner mit Flatterhaar und Eisenrad leadete. Grundsätzlich keine schlechte Aufstellung, um meine Kombination zu stoppen. Doch ich habe das Matchup nun schon oft genug während des Turniers gehabt, um zu wissen, dass ein Turbo-Tempo gefolgt von einer Sancto-Klingel reicht, um das Eisenrad zu besiegen. Das Filinara konnte zwar nochmal eine Schallwelle einsetzen, die meine beiden Pokémon jedoch locker überlebt haben. Locker. Das Fiaro, das darauf folgte, konnte ebenfalls keinem Turbo-Tempo standhalten und Bao-Jian tat das, was es am besten konnte. Bitte flinch! Los, Bao-Jian! Let's go! Auch das darauf folgende Mirai-Don konnte den Turbo-Tempo nur mit viel Mühe und Not standhalten. Schaffte es dann aber endlich, meinen Bao-Jian zu besiegen. Und da dachte ich mir, komm schon. Auf den letzten Metern des Turniers darf Fiaro nochmal die Handtücher beiseite legen, die Ersatzbank verlassen und ein letztes Mal das Spielfeld betreten. Also besiegte Dragoran das Filinara mit einem Turbo-Tempo und Fiaro schließlich das Mirai-Don mit einem allerletzten Sturzflug und sicherte somit den letzten Sieg dieses Turniers. Doch, wie habe ich nun abgeschnitten? Ich habe insgesamt 31 der 45 Kämpfe gewonnen und landete schlussendlich auf Platz 332 weltweit. Bei über 65.000 Teilnehmern definitiv eine Leistung, mit der ich und mein Pokémon-Team, denke ich, zufrieden sein können. Und um mehr über die stärksten Pokémon in Karmensin und Popo zu erfahren, klickt als nächstes auf dieses Video.